Hallo liebe 96-Fans, mein Name ist Samuel Schahin-Radlinger. Mein Lieblingsort in Hannover ist zurzeit meine neue Wohnung. Da befinde ich mich gerade am meisten, weil ich die gerade wieder einrichte. Und ansonsten bin ich gerne in der Stadt, eher so im Zentrum. Mein Lieblingsreiseziel sind die Malediven. Mein größtes Hobby neben dem Fußball ist mit Freunden treffen, essen gehen, ein bisschen chillen, auch mal gerne zu Hause ein bisschen auf der Couch umgehen. Ganz gerne mit einem schönen, leckeren Essen mit der Familie zu Hause. Mein Lebensmotto ist No Risk No Fun.